Hallo Freunde der Füße, ich bin Podologin Andrea und heute haben wir den zweiten Teil unseres seltenen Praxisfalls. Also bleibt dran, es wird spannend. Wir sind jetzt beim Termin 2, das ist 13 Tage nach dem ersten Termin, den ihr im ersten Teil seht. Ihr seht, dass nach 13 Tagen das wilde Fleisch schon gut verschwunden ist. Der Patient hat alle Anweisungen, die ich ihm mitgegeben habe, befolgt und ihr seht, das Ganze wird schon um einiges besser. Die Entzündung ist zurückgegangen und das wilde Fleisch ebenso. Die schwarzen Rinder, die ihr um den Nagel herum seht, ist von der Salbe Ichdolan. Die kriegt man ganz einfach mit einem Alkoholtupfer ab, das zeige ich euch später dann. Als erstes muss der Zeh natürlich desinfiziert und gesäubert werden. Hier ist noch wildes Fleisch drinnen, das ist auch leicht hart. Ich versuche das Ganze natürlich noch mal zu säubern und alles was irgendwie hart geworden ist wegzunehmen, damit es keinen zusätzlichen Druck verursacht. Das schwarze, das auf dem Zeh noch oben ist, ist durch die Salbe, durch die Ichdolansalbe und das kann man ganz einfach mit Alkoholtupfer dann später mal entfernen, wenn die Behandlung beendet ist. Ein bisschen druckempfindlich ist das Ganze noch an der Nagelwurzel, aber das liegt daran, dass das wilde Fleisch noch vorhanden ist. Denn solange das wilde Fleisch noch da ist, hat der Körper noch sehr viel Arbeit, um das wilde Fleisch hier zu resorbieren. Da muss man auch nichts mehr verätzen oder rausschneiden oder sonst irgendwie den Patienten matritieren. Ich versuche hier alles, was irgendwie noch lose ist am Nagel oder was irgendwie die Wunde zusätzlich reizen könnte, zu entfernen. Hier sieht man, dass die Nagelhaut sich gut angelegt hat. Ihr könnt euch ja bestimmt an Teil 1 erinnern, wie tief diese Tasche war und dass ich mir nicht sicher war, ob sich die Haut wieder anlegt oder ob sie lose bleibt. Zum Glück legt sie sich wieder an und wir sind einmal guter Stimmung, dass sie sich, auch wenn das wilde Fleisch weg ist, wieder komplett an den Nagel anlegt und dort eben die Barrierefunktion, die das Nagelhäutchen eigentlich hat, wieder erfüllt. Hier seht ihr in Nahaufnahme, wie viel wildes Fleisch noch da ist. Im Gegensatz zum Termin 1 haben wir hier wirklich nochmal, ich würde mal so behaupten, ein Viertel von dem wilden Fleisch, was vorhin da war. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, wenn ihr eingewachsene Zehennägel mit wildem Fleisch habt, dass ihr die störende oder die reizende Ecke rausschneidet. Am besten großzügig, damit dass das wilde Fleisch, das vorhanden ist, keinerlei Druck mehr bekommt und keinerlei Reizung mehr. Natürlich die entzündungshemmende Salbe Ichdolan 20% darf nicht fehlen. Hier werde ich den Patienten C wieder verbinden mit Ichdolan und der Patient wird die nächste Zeit bis zum Termin 3 das Ganze wieder fortführen. Jetzt ist Termin 3, 8 Wochen nach dem Ersttermin. Und wenn ihr euch wundert, dass ich den Patienten nicht wöchentlich oder sogar zweimal die Woche einbestelle, das hat einen ganz einfachen Grund. Die Wunde braucht auch mal Ruhe. Der Patient wechselt zu Hause den Verband und wenn der Patient zu mir kommt, dann mache ich eine komplette Reinigung und die ist nicht täglich oder einmal wöchentlich nötig. Bei solchen Behandlungen lasse ich den Patienten immer die Option, wenn etwas schlechter wird, dann soll er sich umgehend melden und er bekommt dann binnen ein paar Tagen einen Termin zur Kontrolle. Aber wenn sich nichts verschlechtert, muss der Patient einfach nur mit der Behandlung weitermachen. Beim Sondieren des Nagelwalz hinten ist mir aufgefallen, dass sich die Haut komplett wieder an den Nagel angelegt hat. Das ist ein gutes Zeichen, denn so kann das Nagelhäutchen hinten die Schutzfunktion, die es hat, wieder erfüllen. Ihr seht auch, dass an der Nagelwurzel so eine braune Stelle sich gebildet hat. Ich habe schon am Anfang, wie ich das gesehen habe, die Panik gekriegt und mir gedacht, oh verdammt, da entzündet sich schon wieder irgendwas. Aber nein, das Ganze ist eigentlich nur Haut und zwar ist es eine Schicht, die von der Entzündung zurückgeblieben ist. Diese wird sich dann später einfach mal ablösen lassen. Hier säubere ich den kompletten Zehennagel mit einem Alkoholtupfer, denn die Verfärbung von der Salbe lässt sich ganz einfach mit einem handelsüblichen Alkoholtupfer entfernen. Ihr seht, wie das hier am Tupfer alles schön hängen bleibt von der Salbe. Es ist auch wichtig, dass man die ganzen Salbenreste wieder entfernt, damit man dann optisch begutachten kann, ob irgendwie noch irgendwo was sich entzündet hat oder irgendwo etwas raussteht oder irgendetwas die Heilung verhindern könnte. Der neue Nagel hinter der alten Nagelplatte ist schön fest geworden. Das heißt, auch hier wird beim Rauswachsen höchstwahrscheinlich kein Problem mehr entstehen. Man sieht am Nagelwall hinten so eine kleine Unebenheit und das sind die letzten Reste vom wilden Fleisch. Normalerweise wäre es jetzt hier angebracht, dass man noch zwei bis drei Wochen Ichdolan weiter macht, damit dass man wirklich sicher sein kann, dass das wilde Fleisch weg geht und nicht mehr wuchert. Bei meinem Patienten hier war es dann so, dass er in Kur musste. Und bei dieser Kur war es auch so, dass Badeanwendungen angedacht waren. Nun ja, wildes Fleisch und Wasser verträgt sich nicht wirklich, denn durch Feuchtigkeit beginnt das wilde Fleisch ja wieder zu wuchern. Deswegen haben wir hier mal versucht, dass wir das Ganze nur desinfizieren und säubern und danach trocken verbinden, das heißt ohne Salbe. Ich habe auch zum Patient gesagt, sollte er im Verband drin irgendwie Feuchtigkeit oder irgendwie ein Wundsekret finden, dann muss er sofort wieder Ichdolan drauf machen, auch wenn er in Kur ist und dann darf er auch nicht ins Wasser. Denn mit einem eingewachsenen entzündeten Nagel sollte man weder ins Meer gehen, noch in Chlorwasser. Wobei das Meerwasser jetzt nicht wirklich schädlich ist, dennoch ist der eingewachsene Zehennagel eine Eintrittspforte für jegliche Erreger. Und was noch dazu kommt, je nachdem ob man jetzt das Sandstrand hat oder Grasstrand oder Schlammstrand, es kann sich immer wieder was in die Wunde absetzen und da drinnen Reizungen verursachen. Deswegen wäre es besser, wenn man das Baden im Meer bleiben lässt. Auch das Baden im Chlorwasser ist nicht wirklich empfehlenswert. Das Wasser ist zwar geklort, ja, aber zum Beispiel Pilze können darin 128 Tage überleben. Also ist man sich nicht wirklich sicher, ob man sich nicht doch irgendeinen Erreger einfangen kann. Und mit einer offenen Wunde im Wasser sollte man sowieso nicht rumdümpeln. Deswegen wäre es besser, wenn man eingewachsene Zehennägel hat, weder in Meerwasser noch in Chlorwasser zu baden. Die ganzen anderen Hinweise, was man bei eingewachsenen Zehennägel macht, sind auch für diesen Zehennagel gültig. Das heißt, so wenig Druck wie möglich, offene Schuhe, einen Zwischenzehenkeil ist hier nicht unbedingt nötig, da ja die Druckstelle oben auf dem Nagel ist und nicht seitlich. Und der Patient soll darauf achten, dass er sich nicht wieder zusätzlich verletzt. Hier habe ich ein ganz normales, handelsübliches Pflaster. Das werde ich einfach trocken auf den Zeh drauf machen. Und wie vorhin erwähnt, wird der Patient regelmäßig dieses Pflaster wechseln und gucken, ob irgendwelches Wundsekret drinnen ist. Somit darf der Patient so in Kur fahren. Jetzt haben wir den Termin 4. Dieser ist 16 Wochen nach der Erstbehandlung. Und ihr seht unten am Nagelwalz so ein kleines Tippelchen hochstehen. Das ist der aller allerletzte Rest vom wilden Fleisch. Und das nach der Kur, nach den ganzen Badeanwendungen. Also das Ganze ist zum Glück gut gegangen. Ja, ich war mir selbst unsicher, denn man weiß ja immer nicht, wie das wilde Fleisch reagiert. Denn bei manchen Patienten macht es nichts, wenn es leicht feucht wird. Bei anderen Patienten wuchert es innerhalb von ein paar Tagen. Deswegen hat der Patient ja auch die Ichdolansalbe mit in Kur genommen. Das Bild von der Seite hier zeigt, wie hoch der alte Nagel auf dem neuen Nagel noch immer anhaftet. Und er ist noch immer so fest, dass er sich nicht lösen lässt. Normalerweise geht die alte Nagelplatte irgendwann von selbst ab. Sie löst sich einfach unten drunter und der neue Nagel schiebt einfach hinterher. Aber in diesem Fall ist das Ganze ja irgendwie nicht passiert. Termin 5 steht an. 18 Wochen nach dem Ersttermin. Da hat sich nicht viel getan, der Nagel ist weiter gewachsen. Ich habe nun die alte Nagelplatte, die noch immer angehaftet hat, mit dem Fräser abgetragen. Das Ganze auch schön gesäubert, wie im Video zu sehen. Und man sieht eigentlich, dass hinten auch die braune Stelle weg ist. Termin 6. 23 Wochen nach dem Ersttermin. Hier seht ihr, dass sich im Nagel ein Absatz bildet. Ich vermute fast, dass die neue Nagelplatte nochmal so eine Furche bildet und erst danach neu kommt. Wenn wir Pech haben, kommt ein Muschelnagel. Das heißt, es wird immer wieder eine Furche geben und der Nagel wird ein Stück wachsen. Dann gibt es wieder eine Furche um Wachsen und wieder um Furche. Und ja, das heißt dann eigentlich, dass die Nagelwurzel so dermaßen eine auf den Deckel gekriegt hat, dass sie einfach keinen normalen Nagel mehr wachsen lässt. Jetzt seid ihr auf dem aktuellen Stand bei meinem seltenen Praxisfall. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch hier lasst und ein Kommentar schreibt. Wenn es noch einen Teil gibt, findet ihr ihn hier. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Eure Podologin Andrea 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 Eure Podologin Andrea